Wir haben ihn nicht mehr verlangsamt! Passt auf den Schwanz auf! Das... Meine Waffen richten überhaupt nichts aus! Optische Sensoren offen halten! Er muss einen Schwachpunkt haben! Die Energiekerne auf seinem Rücken sehen schwach aus! Ja, endlich was zum Abschießen! Autobots, Feuer auf die Energiekerne auf Tryptikons Rücken konzentrieren! Es funktioniert! Weiter! Nichts kann ich aufhalten! Nichts! Detilvolleapsell angelegt! Mach! Stop! Das war's. Daff mir wieder die Leiden, Autobots. Primus, sei Dank. Es hat funktioniert. Ich habe mich nicht besiegt, Autobots. Du hast verloren, Triptikon. Autobots, Bewegung! Triptikon ist besiegt, aber der Sieg ist bitter. Optimus und die anderen sehen zu, wie ihre Brüder den Planeten in galaktischen Transportern verlassen. Du hast es geschafft! Wir waren das, Ratchet. Wir alle. Heute haben wir viele Brüder verloren. Aber dank unserer gemeinsamen Anstrengungen können viele weiter existieren und sich eine neue Heimat suchen. Optimus, Megatron ist noch da draußen. Und solange wir hier bleiben, müssen wir ihm widerstehen. Aber zu gegebener Zeit werden auch wir Cybertron verlassen. Ich habe einen neuen galaktischen Transporter in Auftrag gegeben. Eine Arche, mit der wir unsere Reise durch die Sterne bestreiten werden. Wohin wir auch gehen, Cybertron wird bei uns sein.